Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Heute mal ein bisschen langsamer als beim letzten Mal. Ja ich habe wieder ein paar YouTube Setups zusammengebaut oder ein paar Gaming Setups aus Lego. Manche aus YouTube, manche Creative selber gemacht. Ja und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. So Leute, hier der erste PC. Das ist eher so ein Büro-PC. Aber ich finde es trotzdem ziemlich nice, auch wie der hier da steht und so. So sieht es von hinten aus. Eigentlich ziemlich einfach. Es ist ziemlich einfach, aber am Ende sieht es richtig geil aus, finde ich. Ja, hier ist der Bildschirm mit der Tastatur und Maus und hier ist der PC. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Gaming-PC oder ein YouTube-PC. Ich wollte es einfach nur mal machen, weil ich das mega krass finde, weil das einfach so wenig Teil sind, aber am Ende sieht es so geil aus. Kommen wir zum nächsten. So Leute, das ist jetzt schon eher ein YouTube-Gaming-PC. Ja, weil hier schon eine Webcam ist und alles mit Tastatur, Tisch und alles. Mit zwei Monitoren und dem einen PC hier, den ihr schon beim letzten Video mal gesehen habt, den wollte ich einfach dazustellen, weil der passt eigentlich von der Größe her. Ja, so sieht das Ganze da von hinten aus. Ist auch ziemlich einfach. Ähm, sieht auch richtig geil aus. Das ist der erste kleine, den ich gebaut hab, äh, ähm, YouTube-PC. Abhängig von dem anderen halt. Ja, und dann würde ich sagen, weiter geht's mit dem anderen. So, das ist jetzt kein YouTube-Setup, sondern eher ein Gaming-Setup. Sieht auch ziemlich lustig aus. Ist auch ziemlich klein, wenn man mal von hier guckt. Hier finde ich den PC ziemlich cool, Leute. Von hier so. Sieht ziemlich nice aus. Ähm, ja, der ist ziemlich klein auf jeden Fall. Hier ist zwar trotzdem eine Kamera, aber ich mein, jeder PC hat ja irgendwo eine Kamera. Ähm, ja, es ist aber trotzdem nur ein Gaming-PC. Der hat auch, von hinten sieht er auch ziemlich, naja, lame, sag ich jetzt mal aus. Ähm, und ja, das Beste sag ich jetzt mal zum Schluss. Und dann würde ich sagen, weiter mit dem nächsten PC. So, das nächste ist jetzt kein PC, sondern, äh, eine Xbox One, glaube ich. Und ja, die hab ich einfach mal nachgebaut. Den Controller, der passt zwar nicht ganz genau dazu. Aber, ähm, es gibt bestimmt auch so einen, ja, braun, braun-schwarzen Controller. Und nicht kann man einfach lackieren. Äh, ja, hier der Controller und hier die Xbox. Sieht auch übelst geil aus, wie ich finde. Ähm, ja, hier mit dem Controller noch dazu. So, und dann würde ich sagen, das Beste zum Schluss. Kommt jetzt, äh. Ihr seid bereit für das Beste. Dafür hab ich mir richtig viel Mühe reingesteckt. Äh, nein, Spaß, Leute. Das ist einfach ein Laptop. Ja, das hab ich gar nicht gebaut oder so. Das gibt's einfach im Legos so, so zu kaufen. Äh, ja, wie gesagt, da hab ich kein bisschen was, dran gemacht oder so. Das ist einfach nur, so, den kann man auch zumachen. Von Lego. Genau. So, Leute, das soll es dann von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, was hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und, äh, schreibt mir mal, welches, äh, welchen Setup ihr am geilsten findet. Und ich hab genau, wenn ihr das Video hier seht, auf Instagram, äh, auf meiner Story ein Video hochgeladen. Ähm, welches, noch ein Setup, ähm, welches ich am geilsten finde, was ich auch selber gebaut hab. Und aber nicht so was hier, äh, von dem schlechten Hits vorhin, sondern wirklich ein übelst, geiles Setup. Äh, falls ihr kein Instagram habt, dann werde ich's halt beim nächsten Video, ähm, mit vorne einblenden und werde euch da kurz dran erinnern. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video. Ganz kurz, Leute, ich schreibe euch mein Insta auch noch, äh, in die Videobeschreibung.